Jo Leute, ich bin wieder Torbenrp und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Millenermod. Letztes Mal haben wir hier den Zuckerrohr umgepflanzt, denn wir wollen Sachen verzaubern mit Büchern. Deswegen brauchen wir Zuckerrohr für Papier. Wir sehen, die Bäume sind gut gewachsen. Drüben unser noch überhaupt nicht weit gebautes Haus, da müssen wir noch viel machen. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben auch noch ein Dorf. Zwei eigentlich, aber wir wollen es ja im Moment erst mal nur um eins kommen. So, ich brauche mal ein Schwert. Wir haben sogar 33 Bücher. Wie viel Level haben wir? 19, okay. Ich möchte auch noch unbedingt mal in die Hölle. Wir brauchen auch noch die. Es ist wirklich, es gibt viel zu tun, aber erst mal ein Schwert. Ein Tier haben wir auch noch. Wo habe ich den her? Das ist jetzt die Frage, was macht man? Geht man jetzt erst auf Diamantensuche oder... So, und wir jetzt... Können auch das Eisenschwert theoretisch erstmal hochleveln? Also ich würde fast eher sagen, wir gehen erst auf Diamanten. Bannen, ja hervorragend. Das wollte ich drauf haben. Boah, ich muss mal aussortieren hier. Und ich mache nochmal Kisten. Ich mache nochmal zwei Kisten. Ich mache nochmal eine Doppelkiste. Ah, reicht nicht ganz. Okay. So, das brauchen wir hier nicht mehr. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Nein. Okay, jetzt müssen wir mitnehmen. Hühner. Können wir gleich braten. Aber jetzt brauche ich nicht. Kies brauche ich nicht. Pflaster. Erde nehme ich mit. Die Haken nehme ich mit. Das ist auch unnötig, das mitzunehmen. Aber ich nehme es vorsichtshalber einfach mal mit. Wer weiß, was man dann... Zwei Sticks. Jawohl. Doch, basteln wir uns erst noch ein bisschen Kohle. Basteln wir uns Kohle? Basteln wir uns Fackeln natürlich. Eisen auf keinen Fall. Hybrids. Das. Ich mache nochmal einen Ofen. Und dann gehen wir jetzt einfach erst nochmal runter. Ich weiß nicht, waren wir da drüben? Das ist halt echt scheiße. Muss man einfach sagen. Karotten sind richtig, richtig mies. Ja, ich baue das auch mal ab, weil... Spitz geht auch nicht mehr so lange. Brauchen die jemanden? Ne, dann gehe ich runter. Oh Gott, Alter. Okay. Dann geht gut runter hier. Das ist die Stelle, wo wir letztes Mal umgedreht sind. Dann geht es wieder hoch. Ne, okay, ist eine Sackgasse. Sonst, hier längs. Okay. Hä, wo sind wir denn... Wir sind doch letztes Mal... Haben wir doch aufgehört. Sind wir denn hier längs? Ja, kann sein. Karotten geht so schnell, der, ne? Ja, hier war das. Ja, das ist nicht so schlau. Dann komme ich nachher nicht weg. Okay. Okay, ist auch Eisen. Mal gucken. Da geht es noch weiter. Das Eisen nimmt mich aber auch mal mit. Aber wir haben auch richtig viel Eisen. Das ist noch ein Creeper. Da ist noch einer. Alter. Hä? Das ist ein Creeper-Spawner? Alter. Das ist noch einer. Okay. Ich töt' erst mal dich. Ich töt' erst mal dich. Und 2-Hits. Ne, 1-Hits sogar. So, bringt auch Level. Wie hoch sind wir denn? Aber noch viel zu hoch. Gibt es da irgendwo denn tiefer runter? Vielleicht hast du mir ja was freigesprengt. Was? Hier ist auch Schluss. Ich will mich nicht runtergraben. Das ist langweilig. Das haben wir letztes Mal schon so oft gemacht. Das hat nichts gebracht. Hier ist doch bestimmt noch irgendein Gang. Oh, mich stören die Koordinaten weg. Ich will euch auch nicht langweilen. Ah, Mann, hier geht es auch nicht weiter. Jetzt habe ich tatsächlich kein Holz mehr für Fackeln. Ja, hier ist auch nichts mehr. Ja, okay, die Höhle können wir vergessen. Aber da waren ja noch mehr. Ist das noch? Ich glaube, ja. Oh, nee. Es sind bestimmt wieder 100 Monster hier, ne? Ach, stimmt. Wir haben ja gar kein Bett mehr. Fuck. Ich kann mir auch kein Bett craften. Das ist das Problem. Aber Sticks kann ich machen für Fackeln. Wenn ich sogar Sticks noch habe. Reicht das? Jetzt machen wir hier noch gutes Essen. Kohle haben wir echt noch genug. Ja, dann gehen wir kurz zu der anderen Höhle. Das war beim anderen Dorf. Ist jetzt auch nicht so weit weg. Die sind ultra stark. Ah, Schaft ist gut. Volle brauche ich nämlich. Das noch eins. Könnte ich mir in Wordcraft machen, jetzt aber nicht. Aber ich nehme sie mit. Denn jetzt möchte ich es noch zu Ende bringen. Nämlich die Diasuche. Bisschen Zeit haben wir auch noch. Das war hier drüben irgendwo. Oh Gott. Muss ich erst mal finden. Und... Oh, ne Hexe. Ne, 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 ne. Oh Gott, Alter. Was hat die mir gegeben? Oh, die kämpft jetzt glaube ich gerade. Kann das sein? Ja, die kämpfen. Oh, was ist das Ätzend, wie viel hier wieder los ist. Oh, die gibt mir noch einen Potion. Jetzt stirb. Alter. Oh, ich gehe hier hoch. Oh, was hat die mir gegeben? Verlangsamung, Alter. 50 Sekunden. Die sind übelst op, ne. Ich will jedenfalls noch in die Höhle. Komm, mit Half-Life kann ich losgehen. Noch zwei Herzen. Ach, ich kann auch jetzt schon. Zu stark sind die nicht. Ich habe hier eine Rüstung. Wo ist das Dorf denn da hin? Ah, hier ist noch nichts. Das ist gut ausgeleuchtet. Doch du. Oh, ich bin noch so langsam. Ah, Skelette sind gefährlich. Ich kann wieder schnell laufen. Oh, ups. Oh, der geht mir gut. Verdammt, wohl war die Höhle hier. Ich möchte sie noch finden. Die war hier irgendwo. Ah, wo war die auf der anderen Seite? Ich weiß, dass hier eine war. Ah. Oh, fuck. Hier. Habe sie gefunden. Gut. Freunde. Würde ich sagen, was ist mit der Folge? Dass eine positive Bewertung dabei zu gefallen hat. Wir sehen uns nachher nochmal wieder zu einem neuen Game. Freut euch drauf. Genießt es auf jeden Fall. Guckt vorbei. Dann sehen wir uns nachher nochmal wieder. Bis gleich. Tschüss. 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 Vielen Dank.